Willkommen zurück. Ich habe meine Schubladen aufgeräumt und dabei bin ich über die Shortcut-Button gestolpert, die ich irgendwann mal in Ikea mit in den Encoswagen gepackt habe, weil ich dachte, für 6 Euro kannst du das nicht liegen lassen. Heute werden wir das Ganze mal an die U-Bitch anlehren und mal schauen, ob man die Dinger da auch verwenden kann und vor allem wofür. Und jetzt koppeln wir das Ganze und dann testen wir das mal. So, ich habe das Ganze mal vorbereitet, Deckel abgeschraubt und wir brauchen die All4U-App. Ihr könnt dann hier auf Lampen gehen, dann kommt ihr in das Menü, auf die 3 Punkte. So, und dann können wir dann den Touchlink der U-Bitch aktivieren. Und jetzt machen wir das. Ich habe das Licht mal ein bisschen ausgemacht, damit ihr dann auch seht, dass der hier in den Paarungsmodus, äh, Koppelmodus geht. 1, 2, 3, 4. So, da leuchtet es rot. Jetzt müsste er gleich wiederkommen. Da ist er. Auf der Seite sieht man den weißen Punkt nicht so schön. Ich nehme das mal ab hier. Ah ja, da sieht man es besser. Denke ich, ja. So, jetzt ist er im Pairing. Touchlink aktivieren. Gedrückt halten. Touchlink aktivieren. Und dann war es das schon. Zack. So, jetzt sind die schon mal miteinander gekoppelt. Jetzt werden wir den mit der Hue-Lampe verbinden. Also baue ich mal eben um. So, und weil es so schön ist, die Lammpe ist quasi neu und ist noch gar nicht bei mir im System mit drin. Deswegen binde ich die jetzt auch nochmal eben fix mit rein. Ich blende euch das mal ein, dass ihr das auch mal gesehen habt. Aber es ist absolut kindereifach. Kinderleicht. So. So viel zur Einfachheit. Jawohl. So. So, einmal ausschalten. Juh. Das ist die Lammpe. Also mit der App können wir sie schalten. So, jetzt koppeln wir die mit der Lammpe. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Eins, zwei, drei. Jawohl. So. Das war jetzt schon. Dann gucken wir mal. Dann müssen wir noch mal rein. So, schön gedrückt halten. Bis das Blinken aufhört. So, damit sollte das Ganze gekoppelt sein. Eigentlich. So, also wie gesagt, in der App noch schaltbar. An und aus, kein Problem. So, wir können es anmachen. Aber das war es dann auch schon. Okay. Also, mit dem Ikea Shortcut-Button können wir eine Lampe anschalten. Wahnsinn. Und mit der App wieder ausschalten. Okay. So war es dann natürlich nicht gedacht. Ja, muss man mal gucken, wofür man sowas gebrauchen kann, um ein Licht anzuschalten, aber nicht wieder aus. Schade. Die Bridge von Ikea habe ich mir letztens erst wieder angeguckt. Ich kann mich mit dem Ding nicht anfreunden. Also, es ist einfach unförmig. Und ich meine, gut, man hat Kabelmanagement dabei. Aber es spricht mich nicht an. Also, ich kann mich mit dem Ikea-System nicht so ganz anfreunden. Es gibt ein paar andere Sachen, die man damit machen kann. Garantiert. Aber bisher bin ich noch ganz gut ohne klargekommen. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ansonsten, das Ding kostet 20 Euro. Ist jetzt nicht so viel Geld, aber es ist wieder eine zusätzliche Bridge. Und man will sich ja nicht 4, 5, 6, 7 Bridge irgendwo hinhängen. Ist irgendwie nicht das, was ich mir unter Smart Home vorstelle. Und deswegen versuche ich dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Ja, wir sind wieder eine Runde schlauer geworden. Also Leute, spart euch die 6 Euro. Es sei denn, ihr habt eine Idee, wofür man das benutzen kann. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da. Damit ihr keine Videos verpasst. Danke.